Mit dem Import des Bankkontoauszugs können die Buchungen auf EasyCount einfach und schnell erledigt werden. Zuerst loge ich mich bei UBS ins eBanking ein und wähle dann das gewünschte Konto aus. Von hier kann ich den Bankkontoauszug exportieren. Es ist wichtig, dass ich den SWIFT-File mit Buchungsdetail auswähle. Im EasyCount kann ich auf Buchungen importieren. Hier kann ich den Bankkontoauszug, den ich vorhin heruntergeladen habe, wieder hochladen. Im EasyCount generiert die Buchungen automatisch. Das einzige, was ich noch definieren muss, ist das Gegenkonto. So kann ich meine Buchungen ratzfatz erledigen. Habe ich dich überzeugt? Probier es doch selber aus auf www.easycount.ch Folg uns auf Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn und Exit. so hat es funktioniert. So können wir bei UBS auch nicht die Spiele verbrauchern nehmen, So können wir sie mit den Komponenten um ein bisschen verbunden an. Untertitelung des ZDF, 2020